Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Ja, heute möchte ich mal wieder mit einem Projekt starten und ich habe mir dazu zehn Produkte rausgesucht und zwar möchte ich die Hit the Panin, also leer machen. Es sind Make-up Produkte und ein Nagelprodukt ist dabei und ich würde sagen, wir schauen jetzt gleich mal, was ich mir da rausgesucht habe. Das Ganze habe ich übrigens mit einer Waage abgemessen oder abgewogen, besser gesagt, wie viel in den einzelnen Produkten noch drin ist. Das kann ich euch auch gleich sagen. Ich habe mir hier nämlich ein Buch zurechtgelegt. Wenn ihr irgendwas klappern hört, draußen auf dem Balkon, der Sichtschutz, der ist irgendwie locker und schlägt jetzt durch den Wind so ein bisschen oben an. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an mit dem ersten Produkt und das ist hier von Mask, ein Mineral Eyeshadow. Das ist echt ein schönes Produkt eigentlich. Ich greife immer nicht dazu, weil ich so viele tolle Paletten habe. Das ist nämlich so ein Goldschimmerton. Richtig schön eigentlich. Und ja, der ist jetzt mit rein, weil ich noch eine andere Palette dabei habe, die ich leeren möchte. Und das wird echt ein Projekt für sich. Und zwar, beziehungsweise hier, das sage ich jetzt gleich nochmal, sind 8,5 Gramm aktuell drinne. So, und dann die Palette. Das ist die Too Fast Chocolate Chip Palette. Ist schon ein bisschen ein älteres Produkt und auch zu der greife ich mittlerweile sehr, sehr selten, weil halt einfach nur matte Farben drinne sind. Und deswegen habe ich mir nämlich den Schimmerton dazu genommen. Und ja, ich denke, damit kann ich schöne Alltagslooks kreieren. Und die Palette hat aktuell 74,2 Gramm. Das nächste Produkt, was ich hier leeren möchte, ist hier von NYX. Da bin ich auch schon echt lang dran. Der Blush. Und der hat aktuell noch 32,8 Gramm. Das ist dieses Teilchen hier. Richtig schöne Farbe eigentlich. So schimmernd. Und ja, den möchte ich auf jeden Fall leer kriegen. Dann habe ich hier von Catrice ein Prime & Set Spray oder Prime & Care Spray, so heißt es. Da sind jetzt aktuell noch drinne 48,2 Gramm. Und auch das möchte ich leeren. Ich werde es mir auch nicht nachkaufen, weil es tut nicht wirklich was. So. Dann habe ich hier von Trend It Up ein Puder. Das möchte ich auch unbedingt leer kriegen. Das ist hier aus der Evernudes-Reihe. Und das hat so einen komischen Eingeruch. Oh, wuh. Also, ja, hätte man das Parfüm weglassen können. Und ja, aber das möchte ich auf jeden Fall leer kriegen. Und das hat aktuell 60,3 Gramm. So, mir ist nämlich gerade ein Fehler und da laufen sie sich gerade. Das hier hat 66,5 Gramm. Und ich habe nämlich noch ein Catrice Prime & Fine Produkt drinne. Und das ist dieses hier. Und das hat 60,3 Gramm drinne. Das ist dieses Konturpalette und Highlighter. War ja auch mal eine Zeit lang richtig, richtig gehypt. Ist auch ein tolles Produkt. Nur irgendwie versauert es gerade in meiner Schmink-Sammlung. Deswegen muss auf jeden Fall geleert werden. Dann habe ich eine L'Oreal Foundation, die Infallible. Ja, ich möchte einfach nicht so viele Foundations offen haben. Und jetzt habe ich mir gedacht, weil die passt von der Farbe her, weil die eigentlich ganz gut ist, möchte ich die leeren. Und die hat aktuell 89,6 Gramm. Das ist übrigens die Farbe 005 Pearl. Falls es jemanden interessiert. Trage ich übrigens heute nicht auf dem Gesicht. Ich trage heute von Milk Make-Up diesen Foundation Stick. Und oh je. Also ich weiß nicht, ob meine Haut momentan so schlimm ist und sich alles absetzt. Also ich habe den mal gut gefunden. Vielleicht ist der auch nur was für den Sommer. Aber der setzt sich wirklich überall ab. Und ich hoffe, man sieht es hier im Video nicht. Ja, aber das sieht vom Nahen echt schlimm aus. Dann habe ich mir einen Nagellack rausgesucht. Und der war in einem Adventskalender drin. Das ist hier von Essie, der Nagellack. So eine kleine Probegröße. Ich denke, für den Frühling passt der ganz gut. Das ist die Farbe Resort Fling. So ein Frühlingsorange, würde ich fast sagen. Und der hat aktuell 30,9 Gramm. Dann habe ich mir hier rausgesucht von Barbo einen Lippenstift. Das ist die Farbe Glossy Lip Color Wild Roses. Das ist dieser hier. Den trage ich auch gerade. Können wir nochmal auffüllen. Ja, weil der geht schnell runter. Also ich denke, den sollte ich eigentlich doch schon mal leer kriegen, wenn ich den durchgehend nehme. Der hat aktuell übrigens 33,3 Gramm. Ja, und dann habe ich mir noch ein Produkt rausgesucht von Bella Pierre. Ein Criss Proof Lip Finish. Das ist das Teilchen hier. Und ja, das ist so ein Lip Gloss, den man sich drüber gibt. Und damit soll halt der Lippenstift kissproof sein. Also nicht abfärben. Ja, den hatte ich mal in einer Glossy Box drin. Ich habe den heute das erste Mal aufgetragen. Also ich habe den noch gar nicht verwendet. Und ja, deswegen einfach mal ein komplettes Produkt, was komplett geleert werden will. Und der hat aktuell 28,6 Gramm. Genau. Ja, das waren jetzt alle Produkte, die ich leeren möchte. Ich würde sagen, wir sehen uns in einem Monat wieder. Dann würde ich ein Update geben, wie viel ich aufgebracht habe. Und ja. Schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, ob ihr euch auch solchen Projekten stellt. Die liebe Jenny vom Kanal Miss Curly Chen macht ja ganz, ganz viele Projekte, was ich mir echt toll finde. Also ich liebe ihre Videos. Und ja, deswegen heute mal starte ich mal. Ich glaube, ich habe es schon mal versucht, mit so einem Projekt zu starten. Möchte es jetzt aber wirklich nochmal probieren und durchziehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einem Monat wieder mit einem Update, wie das Projekt läuft. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Media-Leben. Tschüss.